Die deutsche Regierung hat das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Dieses erlaubt trans- und intergeschlechtlichen Menschen, ihren Geschlechtseintrag in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern zu lassen. Familienministerin Lisa Paus erklärte, dass man mit dem Gesetz der im Grundgesetz garantierten freien Entfaltung der Persönlichkeit und der Achtung der geschlechtlichen Identität gerecht werde. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen.